Ja, Servus, ich bin Jean-Pierre. Ja, ihr wundert euch bestimmt, warum sich meine Lippen nicht bewegen, ne? Das liegt daran, dass ich es nicht bin. Ich bin heute bei 3D Generation und die stellen solche schicken Figuren her. Und wie das funktioniert und wie das genau geht, zeige ich euch jetzt. Kommt mit! Hi, Pablo. Hallo Jean-Pierre. Geht's dir gut? Klar, dir auch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Willkommen in unserem 3D Studio. Ja, danke. Sollen wir mal gucken gehen? Los geht's. So. Allein das, das Oberteil, die Farben, der Zopf, alles ist wirklich detailgetreu, bis aufs Kleinste. Unbeschreiblich, wirklich perfekt. Nicht nur Einzelpersonen gehen. Genau, ne ganze Familie ist auch möglich. Man kann quasi deine Familie für den Moment so festhalten und werden nicht älter. Ja, alles bleibt so, wie es ist. Perfekt. Und, äh, Pablo, ich würde sagen, wir machen noch einen kleinen Minimi von mir, oder? Ich weiß gar nicht. Los geht's. Paul, sag mal, wie viele Kameras sind hier drin? Ja, das sind 80 Kameras hier. 80 Stück und die Positionen sind genau berechnet. Alle Winkel sind exakt eingestellt und alle Kameras stehen genau da, wo die auch stehen sollen. Alles muss perfekt funktionieren. Damit ihr nachher in der Datei alle Winkel habt. Ihr könnt alles sehen. Genau so sieht's aus. Okay. Und ich muss hier stehen für das perfekte Bild? Genau hier bleibst du auch stehen. Okay, ich bleib hier stehen. Dann scan mal. Und, Pablo, warst du dabei? Schau mal. Nach dem Shooting geht es direkt zur Auswahl des Motivs, welches später als 3D-Modell entstehen soll. Mit einer kompetenten Beratung wird garantiert, dass dein Wunschmotiv auch deinen Vorstellungen entspricht. Das Team von 3D Generation generiert aus den geschossenen Fotos ein dreidimensionales Modell. Dabei werden auch kleinste Details sorgfältig ausgearbeitet. In einem mehrstündigen Druckprozess erstellt der professionelle 3D-Drucker dein Modell aus einer Gips-Polymer-Mischung. Anschließend wird das überschüssige Material entfernt. Und die Figuren werden vorsichtig freigelegt. Sie werden selbst von kleinsten Überresten befreit. Nun kommt der besondere Trick, das Infiltrieren, wodurch deine Figuren nicht nur geschützt wird, sondern ihr auch besonders kräftige Farben verliehen werden. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck bekommen, wie viel Aufwand es ist, so eine Figur entstehen zu lassen. Und jetzt habt ihr gefragt, gibt eurer Idee die dritte Dimension. Viel Spaß noch. vidéos زand sie hentlichen, wie viel Aufwand es in derzen N tudo G aufieth. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. finally bis zum nächsten Mal. Foi auf Vielen Dank.